MrBeast so, kann ich der neue Twitter-CEO sein? Elon Musk darauf so, auf jeden Fall schließe ich das nicht aus. Und MrBeast dann so, als erstes würde ich dafür sorgen, dass Video-Creator ihre Videos direkt auf Twitter posten wollen und nicht nur auf ihre YouTube-Videos verlinken. Um diese Tweets zu verstehen, solltest du folgendes wissen. Elon Musk hat vor einer Weile für ganze 44 Milliarden Dollar Twitter gekauft. Als neue Twitter-CEO hat er schon ziemlich viel verrücktes Zeug gemacht. Aber das, was die User vermutlich am meisten angekotzt hat, war, dass Twitter verboten hat, Links zu anderen Social-Media-Plattformen zu posten. Der Gegenwind dafür war so groß, dass Elon Musk eine Umfrage gepostet hat, in der er gefragt hat, ob er als Twitter-CEO zurücktreten soll. Diese wurde mit 57,7% mit Ja beantwortet. Er hat dann gepostet, dass er zurücktreten wird, sobald er jemanden gefunden hat, der verrückt genug ist, diesen Job zu machen. Und daraufhin hat sich folgender Austausch zwischen MrBeast und Elon Musk abgespielt.